die richtung natürlich sein das wird immobilier mache ich demnächst auch wenn mir meine wohnung zu leer vorkommt mal ich mir einfach ein paar stühle genau ich mache mir einfach noch türen dankeschön bitteschön ein zettel mäuse, mäuse, kahle, blutige stellen, haare, nix, meins, wo wäre also wenn ich den zettel richtig deute dann hat er das gefühl dass die haare die er hat wohl nicht seine sind sondern von ratten keine ahnung und möchte sie deshalb jetzt abschneiden oh dieses pochen in dem einohr ist ja übel die ganze zeit so ein herzschlag ohja haus das gegnern haus das nicht verbrennt oh gott hat er vielleicht irgendwie versehentlich ein feuer gelegt ich musste fast alle puppen aus ihrem zimmer holen es ist langsam lächerlich geworden du kannst nicht einfach du kannst sie nicht einfach mit geschenken überhäufen bloß weil du dich gerade schuldig fühlst verantwortlich für was auch immer verantwortlich für was auch immer du dich gerade schuldig fühlst sie braucht einen vater nicht noch eine nutzlose ablenkung ok wir haben irgendwas mit uns nicht gemacht wir fühlen uns schuldig und dafür schenken wir ihr ganz viel also bis jetzt sieht es stark nach vernachlässigung aus ich hab so ein bisschen zu denken dass ich irgendwann dieses westliche was ich damals schon grundsätzlich wusste ich fand dieses ich hätte immer das damals schon in meine tue als als abgechöpften herz hoch das war sich die ganze Zeit höher ja ja ok bin ich noch da bis zu dem herz eigentlich auch nicht zu dem herz hier ist es nicht verwenden nach 4 unter der Headleg Summelgegenstand wahrscheinlich oder du musst Spielfiguren finden, mit denen du jetzt Dame spielen kannst Meiner Ja, das ist ein Dame stein Nöööööö Ich bin auf Dame stein Falls ich nicht Ja, sollst du nicht Okay, okay. You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. What? What's so funny? I don't want to try it again. I don't want to try it again. I don't want to try it again. Okay, let's go. Oh god. No, I don't. Oh god. I don't want to try it again. I think I'm going to try it again. Okay, so I'm going to try it again. Okay, I'll turn it around. Danke. Nöööö, er hat mich noch nicht weitererlaufen. Na dann, ganz gut. Das ist wieder normal. Die Okerlap Wer hatte eigentlich den letzten Text? Äh, ich glaube den letzten hatte ich noch ganz kurzer. Am Smaraggrünenbach nahe dem Blaubeerstrauch. Oh, da lebt eine Ente. Da lebte eine Ente und ein Flieg quasi auch. Nicht zufrieden damit, dort im Fluss bloß zu schnabeln. Riss die Herzen heraus und fraß Lebern mit Gabeln. Okay. Was zum... Also Kindergeschichten kann er. Ja, ja. Geschichten sind... ...undersprechend. Irgendwas ist da drüben. Nein, das geht nicht. Okay. Nein, das habe ich gesehen. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Oh, ich habe gewusst. Bewegen. Ich kann nichts tun gerade. Ich bin es nicht. Kann ich wieder was tun? Oh, jetzt kann ich da nicht mehr hin. Wo ich davor war. Doch erstmal die andere Tür. Verdammt. Das bleibt ja nicht. Oh! Ach ja, genau. Okay, ist ja... Na, ich glaube, jetzt wird wahrscheinlich irgendwas aufgehen. Oh, da war irgendwas. Ja, der Text da drunter steht. Behind our bags. Ich würde doch gerne wissen, was in dem Kinderzimmer gewesen ist. Stammt! Weiß mal, Jan. Hinden wir uns. Soll ich vielleicht irgendwas verpacken? Das würde ich mir abrückern. Nein, das glaube ich auch nicht. Hä? Ich spür den gleichen Raum nochmal. Hier kann ich kein Licht an. Aber hier. Die werden nicht mehr da. Mir fällt halt diese gelbe Linie auf, die sich hier so ein bisschen durch den Raum zieht. Mal wieder in den gleichen Raum. Irgendwie kenne ich das aus dem Bohr-Spiel, das... Ja? Eber? Äh... Schifte? Entspanze? ... ... ... ... ... vielleicht sollte es da einfach weitergehen nochmal der gleiche raum hier ist jetzt alles normal nichts angemalt also ich kenne da ja so ein spiel das hast du aber immer schlimmer wurde das könnte sein Ich bin der Hüste Platz, die Leut. Ich bin der Leut. Ja das ist ein Böcker. Ich glaube, das ist ein Böcker. Puppenköpfe. Aaaaaaah. Ooooooh. Aaaaaaah, Gänsehaut. Lass mal zurück. Weiter gehen. Gibt keinen zurück. Aaaaah. Aaaaaah, Klassus. Oh, alles erst mal. Oh, noch mehr Ekel auf der Babypuppi. Vielen Dank. Du hast doch die ganzen Puppen gekauft. Ja, ich bin wunderschön. Du warst jung und hattest das Geld. Stammt. 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 Oh. Oh. Beim Bild. Oh. Okay. Was passiert was? Was passiert hier? Äh. Hallo. Ich will hier weg. Ich kann nicht weg. Warum kann ich nicht weg? Oh. worms. Aha. Oh. 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 das ist okay ich habe ein bisschen froh dass ich im hellen spiel aber es halt ganz schön ekelhaft wenn man sich auf einmal nicht bewegen so gar nicht und nicht mal seine sicht